Wir beginnen, komm mal. Ah, okay. Also, in German oder in Englisch? Welch, was war die most beautifule Land, die du in den USA hast? Die USA. Es muss sein, die USA. Hey, die USA ist schön, oder? Okay. In der Deutschen bitte. Ich versuche die Deutschen. Du weißt, ich versuche das. Wow. Welche Sprüge würdest du gerne mal für eine Woche? Ausprobieren. Hast du das? Ja. Frankreich. Huh? Frankreich. Was ist Beruf? Job. Ah. War das nah dran? Taxi. Taxi-Driver. Ja. Taxi-Driver. Was macht einen schlechten Tag für dich? Oder eines besser? Huh? Was macht einen schlechten Tag für dich? Was macht einen schlechten Tag immer besser für dich? Personally, mir ist, wenn ich dich sehe. Es macht mich viel besser. Es macht mich glücklich. Es macht mich glücklich. Wenn ich mich spiele. Ja. Ja, für schon. Ich mag es. Ah, ich sehe das. Ich habe keine Chance, dass ich es wiederum lebe. Ja, ja, ja. Wollt ich es wiederum lebe? Ja, bitte. Ja? Ja. Wow. Okay. Welches kinderleid kannest du noch auswendig singe es uns vor? Hey, was that good? Okay. No. What would you like to be, like, really good at? Oh, okay. Like a… Station? Ah, okay. Well, Ruz ist Wun, man. Was war das beste Geschenk, das du jemals bekommen hast? Was war das beste Geschenk, das du jemals bekommen hast? Ich weiß nicht, eigentlich. Schoen? Schoen? Ja, ja, ja. Mein erstes Paar von Kleets, das war mein bestes Paar. Fun fact, ich habe 36 Goals in meinem ersten Spiel. Naar saal und einen witz. Witz. Witz? Witz. gib' uns eine schも. Schönen? Das ist the joke Jeremy. Oh. Der nächste Mal. Welche Kwiezie-Food-Kombo mögst du auch, dass andere Menschen fühlen? Oh, Cereal. Ich habe Schokolade-Milk first und dann habe ich Cereal, also das Schokolade-Milk-Cereal. Wie ich? Oh, du machst das auch? Ja. Oh, okay. Ah. Ja, ich habe Jürgen. Ich habe Jürgen mit Mango. Oh, ich mag dieses Mal. Wollen wir mal auf Deutsch probieren? Ja. Wie? Sieht eine perfekte Date für dich aus. Was ist für dich ein perfektes Date für dich? Date. Date. Like, girl, date. Date. Restaurant. Ja, Restaurant. Ja. Nice one. Ruz, come on. Du hast mir etwas besser als nur ein Restaurant. Keine Blumen, keine Nuffin. Keine Blumen. Keine Blumen. Keine Blumen. Keine Blumen. Keine Blumen. Und nach Hause. Oh, mein Gott. Oh. Ich habe eine gute Idee von der Beach. Und eine Tape. Ja, du? Miami Beach. Aha, Miami Beach. Und ich habe eine Tape in der Mitte der Beach. Ja. Und es hat candles. Ja. Some nice Steak. Some nice Musik. Ja. Und dann... ...we dance ein bisschen, you know? Ha! 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 No, I'll never do that in my life. Ha! Ha!